Ähm? Ja? Ich habe eine Eintrittskarte geschenkt gekriegt. Eine Eintrittskarte ins Theater? Nee, wenn ich mit dir Eintrittskarte in die Bibliothek gehe, dann kriege ich ganz viele Bücher geschenkt. Aha, du meinst, du hast jetzt einen Bibliotheksausweis, so einen Leseausweis. Ja, vielleicht. Jedenfalls, wenn ich den da vorzeige, dann gibt mir die Tante da ganz viele Bücher. Ist toll, ne? Ja, aber die kannst du dir ausleihen. Die musst du hinterher wieder zurückgeben. Warum? Na, die Bücher kosten ja was und die anderen wollen die Bücher ja auch noch lesen, ne? Ach so. Aber ich darf die mitnehmen, ne? Ja, du darfst die mitnehmen und wenn du die fertig gelesen hast, dann bringst du sie wieder hin. Ach so. Auch gut, ne? Ja, das ist auch gut, ja. Hm. Jedenfalls darf ich das jetzt mit dieser Eintrittskarte. Schön. Hm. Okay. Vielen Dank.